Die Bibel enthält 17 prophetische Bücher, die alle hintereinander aufgeführt werden. Außer diesen sogenannten Schriftpropheten, also denen, die ein Buch geschrieben haben, gab es auch noch andere Propheten, wie zum Beispiel Elia, Nathan oder Gad. Sie werden an anderen Stellen der Bibel erwähnt, aber haben selbst nicht geschrieben. Die Bücher der Propheten sind nicht zeitlich geordnet. Sie sind überhaupt nicht geordnet. Lediglich die drei letzten, Haggai, Zacharia und Malachi, sind wirklich auch die letzten Propheten, die von Gott zum Volk Israel gesandt waren. Denke bitte immer daran, wenn du die Propheten Israels liest. Sie haben zu Recht verschiedenen Zeiten geschrieben und sind nicht in historischer Reihenfolge aufgeführt. Du musst dich also bei jedem Propheten neu informieren, zu welcher Zeit er geschrieben hat. Ich meine dabei nicht zuerst die Jahreszahl. Was mehr interessiert, sind die Umstände, die in seinem Land und in den Nachbarländern herrschten. Du musst also ein wenig die politischen, wirtschaftlichen, religiösen und geschichtlichen Umstände kennen, wenn du einen Propheten verstehen willst. Außerdem solltest du sehr genau aufpassen, zu welchem Volk und Land er spricht. Es gab Propheten, die zu Jerusalem gesandt waren, andere, die sich an das Nordreich richteten, wieder andere predigten zu den Nachbarnationen, zu Ninive oder Edom. Es ist nicht unwesentlich, zu welchem Volk und welcher Nation der Prophet sprach. Israel war das auserwählte Volk Gottes. Von ihm verlangte Gott mehr als von anderen. Dafür wurden die Feinde Israels aber auch besonders bestraft, wenn sie sich an Israel heranwagten. Mit seinem Volk hatte Gott besondere Pläne. Darum gab er ihnen immer wieder Verheißungen für den Wiederaufbau nach dem Gericht und der Strafe. Die Botschaften der Propheten hatten zuerst eine Bedeutung für ihre Zeit und für ihr Volk. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir die Propheten und ihre Reden richtig verstehen wollen. Darüber hinaus ist ihre Botschaft aber auch zeitlos. Sie ist für heute wahr und für alle Zukunft. In unserer Einführung in die Bibel fahren wir jetzt mit dem Propheten Amos fort. Amos war ein einfacher Mann, ein Hirte, wahrscheinlich ein Rinderhirt, also ein Cowboy oder ein Gaucho aus Tekoa. Tekoa war eine kleine Stadt am Rande der Wüste von Judah. An Amos sehen wir, dass Gott ganz verschiedene Typen von Boten berief. Amos war kein Intellektueller, kein Theologe, kein Mann in Leitungsposition. Anders war es zum Beispiel bei Jesaja. Er stammte aus königlichem Geschlecht. Der Prophet Hesekiel war ein Priester. Beide gehörten zur oberen Schicht des Volkes, zu den Einflussreichen, zu den Intellektuellen und Gebildeten. Dass es solche Propheten gab, zeigt uns, dass man nicht dumm sein muss, um an Gott zu glauben. Daniel war ein Diplomat und Staatsmann, aber kindlich gläubig. Seine Weisheit kam von Gott. Auch heute ruft und gebraucht Gott Intellektuelle, Doktoren und Professoren, Wissenschaftler, Unternehmer, Manager und Staatsmänner in seinem Dienst. Der Apostel Paulus war ein Gelehrter, Martin Luther, ein sprachgewaltiger Mann, der Zugang zu den Fürstenhöfen seiner Zeit hatte. Er war Gottes Werkzeug, um das enorme Projekt der Bibelübersetzung in Deutschland durchzuführen. Dr. 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 Wyler Smith oder Professor Werner Gitt sind Gelehrte aus unseren Tagen, die aus ihrem kindlichen Glauben an Gott kein Hehl machen. Sie verkündigen mit ganzem Einsatz die biblischen Wahrheiten den Menschen ihrer Umgebung. Aber es ist auch nicht so, dass Gott nur einflussreiche, kulturell hochstehende und gebildete Leute gebrauchen kann. Petrus war ein einfacher Fischer, David ein Schafhirte, als Gott ihn berief. Auch William Carey, der Mann, mit dem die moderne Heidenmission begann, oder der größte Massenevangelist aller Zeiten, Billy Graham, waren einfache Leute, nicht von der High Society. Aber Gott konnte und wollte sie gebrauchen, um zu zeigen, dass er auch etwas Großes aus ganz gewöhnlichen Menschen machen kann. Also, Amos war einer der ersten Propheten, er lebte noch vor Jesaja, Jeremia und lange vor Daniel und Hesekiel. Er war ein Kuhhirte, aber scheinbar hat er doch in der Natur, auf der Weide, viel mit Gott gesprochen. Gott hat ihm in der Natur manche Dinge gezeigt, die er in seinem späteren Leben als Prophet gebrauchen konnte. Diesen Amos sandte der Herr eines Tages in das Nordreich, nach Bethel, um dort gegen die Sünden des Volkes zu predigen. Er kam wohl zu einem Volk, das seine Sprache sprach, aber doch nicht richtig sein Volk war. Du erinnerst dich doch, dass Israel geteilt war in ein Nordreich und ein Südreich, so wie Deutschland früher in Ost- und Westdeutschland geteilt war. Was hätten wir gesagt, wenn plötzlich ein Prediger aus dem anderen Teil Deutschlands zu uns gekommen wäre und hier über unsere Sünden gesprochen hätte? Wir hätten ihn nach Hause geschickt und gesagt, kehrt erst vor eurer eigenen Tür. Und so ging es Amos auch. Er war nicht gerne gesehen. Als Ausländer wurde er beschimpft und seine Botschaft kam nicht an. Trotzdem war er sich seiner Berufung ganz gewiss. Er ist seinen Gegnern mit Bestimmtheit und Autorität entgegengetreten. Was war nun eigentlich die Botschaft und das Anliegen des Amos? Er kam ins Nordreich, als dieses unter seinem König Jerobeam II. in voller wirtschaftlicher Blüte stand. Die starken Nachbarvölker Syrien und Assyrien waren geschwächt und bildeten keine Gefahr für Israel. So konnte es sich gut entwickeln, es herrschte Wohlstand und Zuversicht im Land. Mit dem Wohlstand und der Sicherheit kam aber auch die Sünde, Ausschweifung und Ungerechtigkeit unter das Volk. Diese Entwicklung zur Unmoral und Korruption mag einmal in dem Reichtum und Wohlstand begründet gewesen sein, zum anderen war sie aber auch eine Folge des Abfalls von Gott. Dieses sieht Amos ganz klar. Darum versucht er, die Menschen zu einer Umkehr zu Gott zu bewegen. Zwei Dinge möchte ich im Zusammenhang mit Amos Botschaft besonders betonen. Erstens den Götzendienst. Als das Nordreich aus Unzufriedenheit über die Politik des Sohnes Salomos von Jerusalem abfiel und seinen eigenen Staat gründete, führte der erste König gewissermaßen als Antrittsgeschenk an sein Volk den Götzendienst ein. Er ließ im Süden und im Norden seines Landes ein goldenes Kalb errichten. Damit wollte er vermeiden, dass seine Untertanen zu den Festen und Gottesdiensten ins Südreich zum Tempel ziehen mussten. Der Götzendienst, den Jerobeam I. einführte, war eine Mischung ihrer alten Religion mit einer neuen Variante, nämlich einem sichtbaren Götterbild im Heiligtum, mit einem etwas veränderten Namen. Der Götterkult war jedoch weitgehend von den Traditionen des Gottesdienstes zu Zeiten Davids und Salomos geprägt. So war die Religion im Nordreich eine Mischung aus Götzendienst und jüdischem Traditionalismus. Beides prangerte der Prophet Amos an. Das erste Gebot, das Gott seinem Volk gegeben hatte, hieß, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst hier kein Bildnis machen. Beide Gebote wurden im Nordreich auf königlichen Befehl übertreten. Wer diese Gebote außer Acht ließ, hatte auch keine Hemmungen mehr, andere Gesetze zu übertreten. Daher kamen auch die Ungerechtigkeit und Sünde im Volk. Mit dem Götzendienst ging auch der Tote, Formalismus, die Tradition des Kultes einher. Das heißt, dass noch viele Elemente der wahren Gottesverehrung vorhanden waren, wie zum Beispiel die Festtage zur Erinnerung an Gottes Taten und die Opfer zur Vergebung der Sünden. Aber es fehlte das Vertrauen zu Gott und der Gehorsam gegen seinen Willen im praktischen Alltagsleben. Damit erinnerte die Situation in Israel auch ein wenig an die Situation in unseren christlichen Ländern. In vielen Teilen ist nur noch christlicher Formalismus und Tradition übrig geblieben, aber in der Praxis und im Alltagsleben vertrauen die Menschen nicht mehr auf Gott und erwarten auch nichts mehr von ihm. Auch sind sie weit davon entfernt, den Weisungen und dem Willen Gottes in ihrem Alltagsleben zu folgen. Sie sehen nichts Schlimmes mehr in ihren Vergehen und meinen, ach so ernst braucht man das doch mit der Religion auch nicht zu nehmen. Aber Gott ist damit nicht zufrieden. Er sieht all die kleinen Ungerechtigkeiten des Einzelnen und die des gesamten Volkes. Und so ruft er zur Buße. Zuerst durch Amos, dann durch Hosea, dann durch die verschiedenen kleineren Strafen und schließlich durch die Zerstörung der Stadt Samadia und durch die Verschleppung und Zerstreuung des Volkes. Gott hat Geduld, aber wenn es zu viel wird, dann kann er auch furchtbar strafen. Das zweite Problem in Israel, das der Prophet besonders betont, ist die Ungerechtigkeit. Der Wohlstand hatte das Volk nicht etwa zufrieden und dankbar gemacht, sondern habgierig, brutal und egoistisch. Das soll natürlich nicht heißen, dass Reichtum die Menschen böse macht und Armut die Menschen gut und fromm, auf keinen Fall. Aber wer im Wohlstand Gott verlässt, wird sicher hart und egozentrisch. Der Ungerechtigkeit des Volkes steht die Gerechtigkeit Gottes gegenüber. Der Herr hat Geduld, wenn auch im Moment die Bösen immer reicher werden und Vorteile zu haben scheinen. So ist Gott doch nicht ihr Verbündeter. Er wird ihnen das Unrecht, erworbene Gut wieder nehmen und sie strafen. Was das Volk sät, das wird es auch ernten. Amos ist ein einfacher Mann, aber doch ein fester Charakter und unerschrockener Bote Gottes an ein Volk, das ihn und Gott ablehnt. Seine Zeit war der unsrigen ähnlich und wir können manches aus seiner Botschaft für uns anwenden. Wir beten, Herr, wir danken dir heute einmal ganz bewusst für all den Reichtum, Wohlstand und Luxus, den du uns in den vergangenen Jahren geschenkt hast. Und wir bitten dich nun, lass uns darüber nicht gottlos, ungerecht und selbstzufrieden werden. Hilf uns neu, dir zu vertrauen und zu gehorchen. Amen.